Wir als Krachkistenorchester sind jetzt das dritte Jahr dabei, bei den Talks jetzt zumindest, haben davor auch immer Konzerte noch gegeben nach den Veranstaltungen und eigentlich kommt das Festival immer auf uns zu, weil es ganz gut passt und den Leuten irgendwie zwischendurch noch ein bisschen was anderes mit gibt. Das ist witzig und lockert glaube ich die ganze Runde auch ein bisschen auf. Ich bin Fan von einfachen Sachen und Sachen runter reduzieren und fast alle Leute, die im Orchester mitspielen, sind auch keine Musiker. Es geht darum, einfach gemeinschaftlich zu versuchen, was zu erzeugen mit minimalen Mitteln und minimalen Sounds, was dann automatisch auch fürs Festival, deswegen bin ich wohl eingeladen, nach so alten Computersounds, Klingenspiel, Geräusche. Ich glaube, das ist das, was das so ein bisschen connectet und was ich auch ganz interessant finde, dass Leute, die mir eigentlich fremd sind, weil ich in der Gamer-Szene nicht zu Hause bin, dass die auf einen zukommen und sagen, hier wollt ihr mitmachen.